Frohes Neues Jahr! Da, das ist gefährlich! Einen Keller! Einen Keller vor der Nachbarin! Von meiner besten Freundin! Ey, die spinnen doch! Wo jetzt? Nein, die da unten nicht. Die da unten sind dicht. Guck mal nach, da weißt du es. Willst du es nicht sagen? Nein. Wir müssen auch noch ruhig sein. Leute, es ist richtig gefährlich, was hier abgeht. Wir versuchen welche bis hier oben hier Böller zu schmeißen. Da unten sind die Typen, diese Freaks da unten. Und meine Butter passt schon auf mich aus. Und meine Butter passt schon auf mich aus.